Uuuuh! Auf jetzt! Ach, scheiße! Uuuuh! Auf jetzt! Ach, scheiße! Das ist ein besseres Eier als die Neube! Auf den Bauch! Uuuuh! 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 So, geht's schon wieder los, eh? Das ist so gut! Jetzt tut es doch viel mal! Uuuuh! 2 zu 1! Wer war denn der Torschützer? Ja! Auf mich! Ach! So, jetzt hier 3 zu 1! Komm! Na, das möchte aber auch bald mal sein hier! 2 zu 1! Wir gehen da bloß vor 5 Minuten, bis jetzt schon 2 Minuten. So. Hinein! Ein. Uh, schau. Ich hoffe, es gibt noch 6 Minuten. Bravo! Oh, ich schreie. Hey! Wir kommen, wir kommen! Ah! Mann! Ach, genau! Ja! Ausgleichs! Ausgleichs! Gott, noch mal! Hey! Alter, was ist das? Ausgleichs! Ausgleichs! 2 Minuten! Abseits! Vorne! 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 Was soll das denn wer? Keine Rückgaben zum Turm hatten hier! Tschüss! Tschüss! Das ist so aufregend, Stefan! Darum! Warum hast du so aufregend? Tschüss! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Was? Abseits? Achso, hier is er voor ons. Doppel wechselt mijn ander gestern. Goal! Ich komm! Ja, schau das. Schön. Weg von den Ballen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Hey, hey! Er ist autonom, aber. Kommt da, du! Ich glaube, das war nicht so gemeint mit dem Schieben. Ich bin mir nicht sicher. Das war Schieben? Komm mal Einsatz! Ich schiebe ihn an, das hast du nicht gehört? Ich war mit dem Raum gehört. Oh! 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 Moment, Moment, ich mach gleich wieder mit. Oh, Schade! Oh, Schade! Oh, Schade! Oh, Schade! Oh, Schade! Oh, Schade! Hier! Stefan! Oh! 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 Halt euch! Natürlich. Alter, ich bin kurz dabei! Am Ende ist das wirklich ein Problem. Hat sie in die Kabine gelesen? Los! Jawoll! 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 Das war das 3-1 für den zweifach deutschen Meister und deutsche Fugalsieger. Durchschnitt für Mitte Nr. 6, Alexander! Mein Sieger! Halt euch! 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 Wer hat das geschossen? 30er? Ja, das ist ein schönes Tor! Ja, wie war's denn? Er kam auch nicht. Halt euch! Halt euch! Halt euch! Halt euch! Halt euch! So Matthias, bitte mal kurz! Wenn du mir mehr Geld gibst, Stefan, mach ich das! Also... Matthias, du wirst mir das bestimmt... Irgendwann... Ja! Ich versuch mal das. Morgens um 8. Nach einem Foul! Von Rotation! Die gerechte Strafe! Wir sind ja ... Hier wird der gestrinkt Preise geben. Wie wird der gestrinkt Preise geben? Ach, doch. Wie wird der gestrinkt Preise geben? Uuuuh, schade. Uuuuh, schade. Schön! Wie viel der Mut zum Morgen ist der? Warte! Plus 24. Was? Plus 24, also 23. Es waren hier... 60... 69. Nee, 66. Was war das vielleicht, das Tor der 65? Nee, so ich war 67. 67. Was ist los? Wow, schade. Was ist los? Warum denn? Das geht doch... Aaaaah! Aaaaaah, fuck! Aaaaah, fuck hier! Oh, 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 oh! Waaah, oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Was, ich jetzt drauf gehabt? Ja, ich denke. Ich denke, da kommt flut heute. Tja, das kann ja in dem Mond, wo soll ich jetzt umhauen. Nicht ziehen! Schieben! Leute, nie Rauten stellen! Mitspiel! Ich bin hier! Dass Sie sich jetzt auf die Boca bossen haben? Die Boca sein! Wenn Sie sich hier einfach anschauen, dass Sie sich auf die Boca aufzählen! Danke! Vielen Dank.